Die Damen auf die Reise hier zweimal in Paul greift zu Stadion herumgeschickt und wir blicken rüber. Da steht im gelben Dress Christian Reif. Dritter Versuch für den Wahlrehlinger. Und da werden es trotzdem sogar noch 7,19 Meter. Also noch nicht ganz angekommen hier im Wettkampf in Dessau. Christian Reif mit der 356 Johanna Joswig vorneweg. Das war klar, dahinter sehen wir Irina Maraceva und dann Natalia Lupo. Renata Vlies aus Polen und Lenka Masner aus der Tschechischen Republik. Sie jetzt ganz vorneweg im Schlepptau, die Ukrainerin Natalia Lupo. Und so kommen die Damen auf die letzten 100 Meter. Natalia Lupu, die Hallen-Europameisterin. Lenkermaßen nach hinten dran. Aber die Russin lässt nichts anbrennen hier. Entschuldigung, die Ukrainerin, die lässt hier nichts anbrennen. 2-0-1 konnte ich ganz kurz erhaschen hier auf der Anzeigetafel. Die genaue Zeit, die gibt es dann gleich bei der Siegerehrung. Und nochmal Applaus für unsere 800 Meter Dame.